Jürgen Sarnowski ist ein deutscher Historiker. Jürgen Sarnowski studierte ab 1975 an der FU Berlin Geschichte, Physik und Philosophie. 1981 legte er die erste Staatsprüfung für das Amt des Studienrats ab. 1982 bis 1987 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Dietrich Kurze. 1985 promovierte er in den Fächern Mittlere und Neuere Geschichte. An der FU Berlin war er von 1982 bis 1993 als Assistent tätig. Dort erfolgte 1992 die Habilitation mit dem Thema die Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens in Preußen. Sarnowski nahm Lehrstuhlvertretungen an der Universität Chemnitz-Zekau sowie der Universität Hamburg wahr. 1994-1995 war Sarnowski Inhaber eines Heisenberg-Stipendiums. Seit 1996 lehrt Sarnowski als Nachfolger von Gerhard Theuerkauf als Professor für mittelalterliche Geschichte am Historischen Seminar der Universität Hamburg. Im selben Jahr gründete er mit Nikolaus Henkel den Hamburger Mittelalterkreis zur interdisziplinären Vernetzung der medialistisch arbeitenden Disziplinen. Sarnowski ist zweiter Vorsitzender der Historischen Kommission für Ost- und Westpreußische Landesforschung, deren ordentliches Mitglied er seit 1994 ist und Vorstandsmitglied des Hansischen Geschichtsvereins. 1999 wurde er korrespondierendes Mitglied der Historischen Fakultät von Thorn im Jahre 2000 Mitglied im Herder Forschungsrat. Seine Forschungsschwerpunkte sind die geistlichen Ritterorden im mittelalterlichen Europa, Hanse, Landes, Wirtschafts-, Sozial- und Stadtgeschichtliche Forschungen, die Geistes- und Bildungsgeschichte des Mittelalters sowie England im Mittelalter. Weitere Forschungsschwerpunkte sind die digitale Edition spätmittelalterlicher Quellen und das E-Learning, Schriften, monografieren die Erkundung der Welt, die großen Entdeckungsreisen von Marco Polo bis Alexander von Humboldt, Beck, München 2015, ISBN 3-406-681506, der Deutsche Orden. Zweite durchgesehene Auflage, Beck, München 2012, ISBN 978-3-406-536281, England im Mittelalter, Primus Darmstadt 2002, ISBN 3-89-678-420X, Macht und Herrschaft im Johanniterorden des 15. Jahrhunderts, Verfassung und Verwaltung der Johanniter auf Rodos, L.I.T., Münster 2001, ISBN 3-8258-5481-7, Die Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens in Preußen, Bölau, Köln 1993, ISBN 3-412-07893-X, Die aristotelisch-scholastische Theorie der Bewegung, Studien zum Kommentar Alberts von Sachsen zur Physik des Aristoteles, Aschendorf, Münster 1989, ISBN 3-402-03-9273, Herausgeberschaften zusammen mit Stuart Jengs, Marie-Louise Laudage, Vera Lex-Historier, Studien zu mittelalterlichen Quellen, Festschrift für Dietrich Kurze zu seinem 65. Geburtstag am 1. Januar 1993, Bölau, Köln 1993, ISBN 3-412-101-91-5, Verwaltung und Schriftlichkeit in den Hansestädten, Porta Alba Verlag, Trier 2006, ISBN 3-933-701-21-X, Bilder, Wahrnehmungen, Vorstellungen, Neue Forschungen zur Historiografie des hohen und späten Mittelalters, V&R Uni Press Göttingen 2007, ISBN 978-38997-13404